Heute geht es um Darmkrebsvorsorge und da gibt es ja eine wirklich richtig gute Nahrung. Die, Darmkrebs ist abwendbar, ist vermeidbar. Wie werden wir gleich erfahren, für alle, die es noch nicht wissen. Bruno Leicht nochmal dazu zurück, durchwandert so gegen 17 Uhr ungefähr, durchwandert diesen Darm und macht dabei Musik, was ganz besonders Tolles, eine einmalige Performance. Also ich lege Ihnen das ans Herz, wagen Sie es ab, es kommt was ganz Tolles. Wir sind immer Sinn, mir Jäcke abbringt, da ist Geld, wo wir stolz drauf sind. Darmalarm, Darmalarm. Darmalarm, Darmalarm. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020